frische brötchen habe ich jetzt wird es kommt von drüben vom Nachbarn Herr Beuscholke Jetzt kommt wohl drüben Es fallen ZU BAUL Ich euch schicke Ich euch schicke Feuerio Feuerwehr Es fallen Es fallen Es fallen 1,1,2,3 Es fallen 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 ZU BAUL Wo sind sie? Herr Paschulke, sind Sie da drin? Wo ist er denn? Das muss sein. Ja, jetzt, wie geht das? Ah, lustig! Was bin ich? Wie kommen Sie dazu, meine Scheibe einzuschlagen? Es brennt doch, ich muss auch löschen. Es brennt doch nicht in meinem Schlafzimmer. Wo denn dann? Ich verbrenne ein paar Abfälle. Das ist kein Grund, so ein Theater zu machen. Die Scheibe, die bezahlen Sie mir. Ach, bitte sogar. Sie haben doch nicht etwa. Nein, nein, doch! Jetzt reicht es. Hallo, hallo. Nein, nein, jetzt red ich. Das ist alles nur ein Missverständnis. Das Kinderzimmer ist sauber. Was bedeutet der ganze Qual? Jetzt muss ich dich unterbrechen. Na ja, wissen Sie... Wartet mal noch einen Moment. Hast du auch mal die Größe gesehen? Ich trinke sie doch. Hab doch nur... Ja, alles. Sag, es ist nicht nur. Ich... Mal ganz schnell das Feuer aus. Halt, stopp! Alles dran? Ja, fertig. Meine neueste bahnbrechende Erfindung. Ein transportabler Rauchverzehrer. Also, was mache ich? Was mache ich? Äh, Feuerwehr, genau. Ich gehe zur Feuerwehr. Ja? Tja, wo ist denn nun dieser Kalle? Alarm! Alarm! Naja, sehe ich mich ein bisschen um. Ah ja, das wird ja wohl die Wasserpumpe sein. Ja. Ah, die Schläuche. Das ist ein... Das ist... Tja, ich habe ja eine ganze Menge gelernt bei der Feuerwehr. Erstmal, schön frühstücken. Ah! Mein Rauchsauger, er funktioniert! Er funktioniert! Es mal kling! 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 Es mal kling!